Okay, dann einmal hacken. Tür ist offen. Die Jungs wissen Bescheid. Ja, alle aufgedeckt. Wie jetzt? Seid schon hier drinnen? Tatsache. Hier nimmst du hier auf. Nimm ihn doch auf hier. Das ist auch blöd. Wenn hier Schützung gefällt mir da gar nicht. Würde ich gerne ausschalten und dann hier und hier vorne eins morgen. Das nenne ich einen Treffer. Anfänger, raus. Das nenne ich einen Treffer. Was macht der denn? Also egal. Okay. Ne, nicht blend. Auch Granate. Jetzt gibt es da erstmal einen schönen Nebel. Ich sollte wirklich die Tür zu machen. Verstärkung kommt. Nicht witzig. Die Anlage ist in höchster Alarmbereitschaft. Sie haben ein Notsignal gesendet und wir registrieren schon mehrere Transporter, die unterwegs sind. Ich hätte gerade uns nicht mehr machen können. Das schaffe ich. Mit ihren neuen Lebenspunkten. Ob die löst sich jetzt keinen Feuerschutz aus? Doch, macht sie. Die hält das aus. Drei Lebenspunkte easy. Ich hätte sie vorher unsichtbar machen sollen. Aber die ist schon mal im Nebel. Das ist schon mal gut. Okay. Du hast nur ne Blend. Du hast auch ne schöne Rockgranate. Gucken. Wenn ich hier hochgehen wollen würde, muss ich tatsächlich an draußen gehen. Ach du Scheiße. So. Einmal eingenibelt. Dann wird sich das Feuer auf den da konzentriert. Nein. Keine Aktion mehr. Dann Zug abgeben. Du musst euch jetzt mindestens zwei Züge brauchen, um da hochzukommen. Also mit ihr. Um den Mox da zu retten. Eine extrem gut ausgerüstete mechanisierte Kampfeinheit. Wir müssen nach Schwachpunkten suchen, wenn wir das Ding besiegen wollen. Äh. Grad nicht möglich. Oh. Kritisch. 5. Ich glaube ich bin. Vor allem das Ding darf zweimal schießen. das ist das problem die erste mann klar aus die müsste es aber eigentlich auch schaffen jawohl schafft sie wir sind auf dem weg mox haben wir schon mal gerettet schau mit zu sauch aus erste linie ist auch aus also das geld ist auch safe dann bleibt nur noch kim davis wir sagen dass das oben ist nicht unten ja oben gut heißt auch kim davis kommt raus schöner auftrag schön gesaved nicht ganz im linia style aber zumindest so ähnlich fast braus wunderbar und dritte partei auch noch aufgedeckt sehr schön wie aus dem lehrbuch der einsatz war erfolgreich nette dame braucht ihre unterstützung bei der suche nach den flüchtigen die heute aus der haft entkommen sind verachten sie jeder der die geflohen erkennt und nicht meldet macht sich der kollaboration schuldig ich liebe diese propagande halver nun geil so optimal gerettet ein mann verletzt spielt keine rolle dafür sind zwei mann verletzt dafür habe ich ein neues mitglied nehme ich den neuen schambitzen einfach aber mox ist wieder in sicherheit commander er will sich gleich wieder in den kampf stürzen schatten schritt jawohl löst keinen feuerschutz aus fantastisch geht noch geht drauf jetzt wieder in ihrem dienst zu stehen commander ich werde nie vergessen was sie und ihre soldaten für mich getan haben ne menge die erfolgreiche einsatz mit indien flammen und soviel stand geschürt wir stehen erneut in ihrer schuld danke kameradschaft erreicht kameradschaft stärken kameradschaft aufbauen ja natürlich möchtest du ein spezielles foto machen sieht so auf total bescheuert oder sowas zack glücksritter ja tolles foto wenig informationen das ist schlecht ähm ok geben wir es mal durch warte mal wie viele verwundete habe ich sechser achter oh vielleicht sollte ich wirklich mal über eine krankenstation nachdenken aber noch sieht alles gut aus sergeant aber bis jetzt noch kein captainsrang schiebe sind wir noch verwundet auf dem spezialisten das ist gut ranger kriegen wir jetzt noch dazu danach brauche ich noch einen cranny scharfschützen passen scharmelster schnitter könnte man vielleicht noch nicht brauchen oder halt nur so einen templar so na dann energie voll ähm ding ist auch alles vorhanden fantastisch wir haben neue ziele für unseren guerilla einsatz ziele überprüfen commander aufgrund der vielzahl von kontakten die wir hergestellt haben erhalten wir unterstützungsanfragen von mehreren orten auf der welt leider reichen unsere ressourcen nur aus um einer dieser anfragen nachzukommen die entscheidung liegt bei ihnen neue indien ähm zurückgelassen bei allen verdeckten aktionen besteht ein risiko für gefangennahme belohnung wissenschaftler mhm 160 vorräger leichte spinne und fliege bei allen verdeckten aktionen besteht ein risiko für hinterhalt dann nehme ich doch das hinterhalt weg weil wenn sie gefangen genommen wurden sind ist okay kann ich nur retten wissenschaftler naja ist jetzt nicht so nötig aber hier 160 vorräger leicht klar rein da bestätigt gehen wir hin das verhindern wir wenn ich ein paar vorräte habe damit ich auch irgendwas kaufen kann zum beispiel eine widerstandsarena oder sowas raus 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 bist beschädigt raus so wir gehen rein mit ja mit wem wahlroth kommt rein als schützer wo das blöd ist wenn der erste stelle ist rollo geht in die zweite stelle erste stelle ranger oder so kim davis perfekt mit draco kommt auf jeden fall mit hey obelotzer sehr gut gutes game ich finde das wird noch schwieriger ich werde noch rum kotzen in dem spiel schwere ich dir so drachen und granate auch noch so mitschleppen wo das aus am morgen ist wirklich ein sehr cooles game elisabeth alice kubel private captain private dann machen wir aus private mal was anderes das war kann man nicht mitnehmen aber scharmützler kann man da einpacken hat zumindest eine granate an bord so da haben wir diese scharfschütze brauchen die nicht für eine fighter fälle kann man eine rauchgranate einpacken hier wäre jetzt eine plant nicht verkehrt ok dann bekommst du auch nur eine plant bekommst du nur noch eine rauchgranate sicherheitshalber ey ich brauche dringend hier ein trago der muss steigen jetzt hier kostet was wolle der muss leutnant werden ne captain der muss unbedingt ein level ab der braucht das ganz dringend ok der einzige der wirklich gut heilen kann das ist zumindest ein medipack äh mox ist es ja mox der wird schon rumschnetzeln ähm mein scharfschütze mit einer granate ok passt dün 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 ob du lautst und so schön dass du da bist freut mich willst du mitmachen ich habe da noch ein paar rekruten die brauchen noch einen namen muss auch nur zocken das ist ich ich habe hier einen ersten teil spielt war sehr cool ähm selbst mit addon war genial äh da habe ich einen zweiten teil spielt war cool und ich habe das addon schon eine ganze weile ich habe das mal gestartet im stream ich weiß aber nicht warum ich damals aufgehört habe irgendwas kam dazwischen und jetzt ziehe ich das durch komplett und danach schwimmen wir vielleicht nochmal den longbomb mod ja obwohl lieber nicht so viel platz habe ich nicht an der wand aber ein bisschen nur zwei verluste das ist ok der widerstand hat über einen zugangspunkt in diesem gebiet eine verbindung zum advent netzwerk eingerichtet und kritische daten des jüngsten alien projekts abgefangen leider hat advent das signal entdeckt und rückt aus um die stellung zu zerstören wir müssen handeln und alle feinde ausschalten die das gerät bedrohen aber ich weiß dass so ein ähnliches spiel bloß mit hausholen monstern in ähm in der macher ist bei den original x-kammern habe ich zumindest mal einen schweilig sehen ich habe aber auch einen namen vorher so vor dem spielen auch schon ein halbes jahre scheiße wir müssen das gebiet säubern und das gerät um jeden preis sichern meck ok warum ist schon der wahl hat das ich habe allerdings als erstes hier noch im ranger wo ist er zivilisten ganz gefährlich wenn da jetzt wäre er auftauchen ist das auch blöd ok bis dahin scheint alles grün zu sein aber overloads ist wirklich ein geniales game ich finde es cool das macht doch immer wieder spaß das macht doch immer wieder spaß hätte ich vielleicht hier oben lassen sollen dem war dort wenn das auto in die luft geht sind wir alle tot ich freue mich jetzt über die besten rüstungen da sind mal lebenspunkte hier neun lebenspunkte das tut mal richtig gut ein gewagtes vorgehen so machst du ja alle scharmützler den turm könnte man hacken ok schießt bisher nur einer drauf ok hier ist ein brückenzugang irgendwie oder ne warte mal hier geht es runter und hier drüber drauf weil es hier hinten lang wäre am besten komme ich in das Haus rein dann hätte ich hier ein bisschen Deckung und dann könnte ich hier ein bisschen schießen oder ich gehe von hier und dann muss ich aber runter also hier links lang ok Wert Drago, Drago, Drago ist da bitte schafft das Desorientierung für alle Gegner für zwei Runden alle diese Runde bereits genutzten Aktionspunkte des Trupps werden wieder aufgefüllt ein gescheiteter Heckversuch führt dazu dass da eine Gruppe feindlicher Verstärkung zu der Position gerät ich sollte sie erlassen weil 80 Jahre das ist ganz blöd aber das wäre gut nettes Orientierung das lassen wir mal drüber wird ein Nischt riskieren jetzt muss ich die hier irgendwie lang nutzen alle jetzt erst ein Ranger jetzt mal vorgucken ob wir überhaupt das sind jetzt mal vorgucken ob wir überhaupt das sind nein woher kommst du nicht ran oh scheiße was ist hier los scheiße ok da ist ein Mech der mitten aus der Tür rauskommt aber der hat Loot den kann man vielleicht hacken ne kann ich nicht wenn ich jetzt Rago da hinstelle könnte er den bestimmt da aber bin mir nicht so sicher ok 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 das ist dumm ist das Ding hat Panzer rum na schon ein bisschen Schaden das ist scheiße das ist scheiße oder wenn du den hackst naja der kann nun drum hacken so dank seiner Rüstung hat er noch ein paar Lebenspunkte ich weiß dass Drago das kann wer hat's doch hier der ist noch nicht nahe genug Übernahmeprotokoll probieren wir mal vielleicht kann ich hier übernehmen wir sind dann vorrennen immerhin wenn der stirbt der hinterlässt Loot hier 30% Feindkontrolle betäuben ah vergiss es dann nehme ich mir das auch für den zweiten Bot da hinten so ein Bot down und kriegen wir auch noch hinzu das ist gut darfste darf er nicht das ist blöd der Toll ist der hat eine Enderhaken wo der die alle ran zieht das ist gut Zielfernrohr fantastisch da freut sich Schieb drüber das ist schlecht und der Bot da hinten ist noch schlechter positiv die schießen nicht mehr da oben drauf kann ich einstecken zumindest ein Zugklang wer in Panik Panik ist ok ok den durchgleich deaktivieren der Baller ist immer noch drauf der Baller ist immer noch drauf so Mox in Panik das ist schlecht für mich 39% Wahnsinn gekauft miss negativer damage geht erstmal schnell in Deckung gehen das wäre jetzt gut aktiviere das Ding ja damit das Ding das ja auch nicht feuert 60% 60% come on jawoll er kanns hätte man vielleicht sogar 30% geschafft so der Ding ist erstmal mindestens 2 Runden außer hier fähig das heißt kann ich das 2 Runden lang ignorieren und mich erstmal um die Erne kümmern so kriegst du den da oben weg da dauert zu viele Lebenspunkte ja den kriegt es weg nice so der ist raus so der ist raus da hinten den komm ich noch nicht so richtig ran 84% 50% macht die Zauberseite dass man unter Beschuss und bedrängen das geht mir erstmal nicht auf den Wecker Feuerschutz und das nervt da drin so Panik entfernt von ihm das ist gut ich glaube du kannst ihn anziehen ne kann noch nicht ja 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 ne doch damit ist ein Feuerschutz auf hier oben doch nicht doch doch Feuerschutz entfernt sehr schön einfach besser als nix dem muss ich mich jetzt langsam mal kümmern das ist blöd der ist in der nächste Runde nämlich aktiv das gefällt mir gar nicht so Rüstung 4 Schaden so Rüstung 4 Schaden so der Bot ist down der feiert immer noch drauf das nervt aber sowas von der geht dann hier rauf dann hinten rein zu schießen bei den zwei Sektuiden das ist Mist die Tür auf hier drehen ich wusste die Chance dass da noch ein Gegner ist ein gewagtes Vorgehen da scheiße das wäre ich denke mal noch drei Züge dann ist das die hinten platt so einmal eine Runde heilen ich muss den hinten ausschalten das war ganz schnell ohne da eine Granate reinzuschmeißen am besten und noch eine kann man und hier positioniere mich neu wie sie wünschen niemand setzt geht der Entdeckung ich brauch nie so eine Plant-Kinder hat da drin so viel Lebenspunkt hat es noch wir haben sicht aufs ziel rücken sie vor und schützen sie die ausrüstung um jeden preis ja verdammt kein feuerschutz immerhin drei schaden könnte down sein ist down gerechtigkeit kann man nicht machen das ist schade sie ist down hat aber widerstanden das dufter auch wenn ich nicht bewegen kann verkriegt und Ah, noch eine Blint. So, und der ist schon mal desorientiert, geflasht, was auch immer. Heißt, der rennt nicht allzu weit weg, und das ist durfte, für mich zumindest. Und ich komme ein Stück näher. Der sollte jetzt eigentlich auch nicht so gut treffen, eigentlich. Und die löst keinen Feuerwehrschutz aus, und macht den platt, nice. Das klingt cool. Das war chillig, kein Außerwählen. Alle Advent-Gentherapie-Kliniken sind morgen aufgrund von Wartungsarbeiten geschlossen. Erste Berichte, nach denen Dissidentenaktivitäten der Grund für die Schließung seien, wurden als Propaganda der Radikalen entlarvt. Die Wut der Ältesten über unseren heutigen Sieg wird meine Krieger stolz machen. Ach, müde. Neun Tage verletzt. Größerer Zusammenhalt. Das ist gut. So, wir fördern. Sie wissen, wie die Advent-Soldaten früher waren. Aber nun haben sie einen freien Sinn. Wenn sie ihrem Kurs treu bleiben, Commander, werden sie bis zum Ende an ihrer Seite stehen. Ja, die Typen sind schon cool. Mal sehen, was sie alles können. Marodeur-Standardschüsse beenden nicht die Runde. Man kann also nach dem Schießen sich fortbewegen oder zweimal in der Runde schießen. Das ist gut. Klatterhaken ist geil. Lass heranziehen. Ein humanoides Ziel für einen Clown-Angriff. Coole Sache. Wenn auf dich geschossen wird, erhältst du in der nächsten Runde eine zusätzliche Aktion. Löst nur einmal Promission aus. Totalkampf. Das Werfen einer Granate oder Benutzen eines Objektes beendet nicht die Runde. In jeder Runde geht der erste Reflexschuss gegen dich daneben. Gekauft. 31x-Kommpunkte. Hahaha. Gar nicht bald wieder leveln. Aber Drago hat kein Level abbekommen. Aber zumindest Zielfernrohr. Mechfrag. Offiziersleiche. Leichen. Betäubungsleichen. Noch mehr Leichen. Immer her damit. Mechanisierte Mechs darf ich jetzt analysieren. Wenn man ihre begrenzten Ressourcen bedenkt, Commander, haben sie meine Erwartungen trotzdem übertroffen. Gute Arbeit. Danke. Ich weiß noch nicht wer das ist, aber danke. Ich nenne ihn mal leidenschaftlich The Boss. So. Ereignislüster. Gausswaffen. Ersten acht Runden. Ich bin eigentlich sofort ganz gut aufgestellt. Neun Verwundete. Neun noch im Einsatz. Einer nicht verfügbar. Weil. Widerstandsbefehle ansehen. Ich brauche hier unbedingt hier, damit ich hier was reinknallen kann. Ich brauche dringend diesen Widerstandsring. Aber erst in acht Tagen kriege ich hier, ähm, die Dings hier, die, ähm, wie heißt es hier, diese, ähm, na, Energie, die mir aussieht. So, ich muss jetzt dringend mal Kontakt herstellen. Oh, da ist Vorräte sammeln. Ich weiß noch nicht. Ingenieur. Sofort untersucht. Der ist gekauft. Da verzichte ich sogar auf die Vorräte da hinten. Der ist wichtig. Weil mit so einem dritten Ingenieur kann ich viel schneller freiräumen, die Räume. Niedrige Kontaktkosten. Jetzt nicht. Das hier ist das Hauptquartier der Scharmützler-Fraktion. Sie sehen aus wie Advent-Einheiten, aber ihre Aktionen sprechen eine andere Sprache. Da wir den Kontakt hergestellt haben, können wir hier Scans vornehmen, um weitere Unterstützung für unsere Sache zu erhalten. Commander, ich denke wir sollten uns treffen. Ich bin Betos, Anführerin der befreiten Advent. Sie sind hier sicher. Brother Mors war neu bei unserer Sache. Aber er glaubte daran. An die Freiheit unseres Volkes. An diese Allianz. An Sie, Commander. Und ich werde das auch tun. Meine Scharmützler sind bereit, wenn die sie brauchen. Mögen unsere Völker vereint sein, bis die falschen Götter fallen. Oh. Falls Sie Befehle für uns haben, Commander, lassen Sie uns wissen, was zu tun ist. Ist auch nicht schlecht. Alle Schwarzfahrkosten um 33% reduziert. Die Tech-Verteidigung aller Feinde und gehackten Ziele wird um 20% gesenkt. Die Tech-Verteidigung aller Feinde und gehackten Ziele. Das ist geil. Das sind schon mal zwei Jute-Befehle. Kann ich aber noch nicht einsetzen. So, erst mal acht Tage nach dem Ingenieur suchen. Ich hoffe, es passiert jetzt auch nichts. Acht Tage lang. So, wir haben einen neuen Schwert-Hieb-Meister. Und das ist Jute. Kleinen Nixen rein. Warte, ich kann ja mal gucken. Commander, die Fraktionen denken, sie wissen, wie man die Auserwählten findet. Wir sollten den Ring bauen, damit sie einen Einsatzbesprechungsort haben. Kim Davis bleibt... Kim Davis ist cool. Das ist fast alles da unten. Ähm, das ist glaube ich auch eine Dame. Ja. Dann hat der Lobasso auch eine Dame. Auch eine Dame. Ich finde nur Damen hier. Am Rekordigen. Gibt keine Gerle mehr. Alice Cooper ist auch eine Dame. Ja. Alles Damen hier. Okay, warte, 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 warte. Ähm. Hier machen wir dann einen Einsatz. Halt. Falsch. Okay, holen wir uns noch einen Crenny. So, noch einen Crenadier. Perfekt. Für den Ersatz, Ersatz, Ersatz. Falls aber einer aushält. Was sehr oft passiert ist, sau viele Sachen hier. Die ich machen kann. Und ich brauche dringend erstmal den Ingenieur sauber. Der Testbereich ist bereit, Commander. Wir können den Schädelstecker auf Ihren Befehl bauen. Testanrichtung ansehen. So, aber jetzt kann ich verbesserte, verbesserte Rüstung bauen. Willkommen im Testbereich, Commander. Es schien eine gute Idee zu sein, unsere experimentelleren Konzepte zu isolieren. Vor allem in Bezug auf die Waffenentwicklung. Oh, experimentelle schwere Waffe. Experimentelle Granaten. Äh, ein Illyrium-Kern. Ich habe davon 13. Ja, eins. Zwei. Drei. Ich fühle Ihnen Bescheid, wenn wir Fortschritte machen. Oh, jetzt habe ich keine Kerne mehr. Macht nichts. Aber dafür kriege ich in 20, also in 10 Tagen. In 30 Tagen habe ich drei verschiedene Granaten. Wenn ich Glück habe, Säure, Brand und keine Ahnung, was es noch gibt. Gas oder so brauche ich nicht. So, Energiespul ist hier fast fertig. Ingenieure sind hier zwei im Einsatz. Das heißt, hier kommt dann Energie rein. Also hier umräume ich dann frei. Dann kann ich dann hier den Widerstandsring bauen für die Aktion. Und hier den Kommunikator, um halt die Kontakte herzubauen. Aber erst noch brauche ich hier unten die Energie. Und jetzt brauche ich wieder Vorräte. Die liegen auf der Karte. Aber ich möchte erst den Ingenieur haben, weil daran mangelt es mir gerade. Commander, Sie sollten so schnell wie möglich Kontakt zum lokalen Widerstandsnetzwerk aufnehmen. Die Aliens setzen ihre Pläne zweifellos weiter um. Ja, kann ich nicht. Aaaaah! Auf zum Vergeltungsort reisen. Bei Ihnen beim Widerstand liegen die Ältesten zur Seite steht. Wird dasselbe Schicksal erleiden. Setze Kurs auf Indien. So, dann Vergeltungsschlag der Aliens. So, erstmal alles raus. Nur bestimmtes Zeug mitnehmen. So, als erstes. Wir nehmen mit. Der Jeep ist wieder da. Wunderbar. Der ist schon ein schönes Level ab. Captain wird also erst Lieutenant. Ich bin Sergeant. Ist Trago da? Ich trage noch nicht. Ah, noch zwei Tage bewundet. Ne. Ja doch. Scheiße. Mann, das ist derjenige der aufsteigen kann. So eine Kürze. Okay, 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 okay. Dann erstmal Elisabeth befreien. Hallo Ausrüstungsstücke freigeben. Hinten auf jeden Fall Smoke. Damit du mir nicht wegschürbst. Breithallen Mox. Gernies. Wäre dann eine richtig schöne Packung. Damit es auch richtig weh tut beim Gegner. Da könnte man noch einen Rauchkanal entzogen. Wo sind meine ganzen Kanaten hin? Alle nicht mehr da. Kleine Kanate, maximal eine pro Soldat. So, wen nehmen wir noch mit? Braucht nur jemand, der vorne richtig schnetzeln kann. Sergeant. Okay. Ein Heiler. Einen der schnetzelt. Und blendet. Auch so ein Medic. Und der Wässer ausgestattet mit Granaten ohne Ende. Nun habe ich halt keine Extrarüstung. So. Sertrick und meine Wenigkeit auf dem Feld. Das sind gerade... Das kann ich nicht. Wir sind da. Alles läuft nach Plan. Wir sind da. Alles läuft nach Plan. Schalten Sie alle Angreifer aus. Und zeigen Sie ihnen, was Widerstand ist. Boom chicken. Cool. Bist ja auch noch da. Also bisher läuft es duft, oder? Zwei Verluste bisher im gesamten Spiel. Problem. Männers 1 5. Feinde greifen den Außenposten an. Eliminieren Sie alle Einheiten und schützen Sie die Zivilisten. Problem. Es sind diesmal 13 Zivilisten. Hier unten sehe ich keinen. Hier unten ist Kartenende. Hier oben auch. Schick mal Klammer rauf. Sunny. Elf Lebenspunkte. Mal sehen, was er aufmacht. Nichts. Bin schon dabei. Bittendurch. So einer. Die zwei arbeiten zusammen wie Teile einer Maschine. Solange wir sie gemeinsam auf dem Schlachtfeld einsetzen, werden sie diverse taktische Vorteile erlangen, je stärker ihre Bindung wird. Ja, deswegen nehmen wir die auch zusammen. Das ist sozusagen ein Cranny Team. Und ab geht's. So, Shinobi ist auch einsatzbereit. Ah, Kristalliden. Okay, das blöd. Team List. Kleinkristallid und Großkristallid. Oder? Ja. Klein und Groß. Wer von denen ist gefährlicher? Doch Scharfschützen muss ich jetzt machen. Kann aber einen ausschalten. Schieb macht's. Next Kill. Gehilfe. Huah. Oah. Diese Drecks. Kristallin echt. Das einzig tolle bei den Kristalliden ist, es gibt dann hinterher dann Kristallinen- äh-forschung. Lorenzen. Komm, mach's weg. Naja, züg ich den Streifschuss ein. Halbe Deckung ist besser als keiner. Sieben Lebenswunder. Mitten ins Gesicht, nice. So, Problem, es steht noch. Du schaffst es nicht, das ist blöd. Hol dir mal hier einen ersten Zivilisten. So, einen haben wir schon mal gerettet. Sechsten sollte ich mindestens retten. Das ist schlecht. Jetzt habe ich genau einen einzigen Versuch. Das kostet mich jetzt eine sagenhafte Granate. Läufe nur muss sicher gehen. Pass weg, es ist weg. Es waren drei Zivilisten davon, die ich jetzt gleich retten kann. Da ist bestimmt so ein Gesichtslose dabei. Hier sind Advent-Truppen. Pristo ist nicht gut. Jetzt rennen die ganzen Zivilisten weg. Shit. Äh, Muton? Muton? Muton! Jetzt gibt's schon Mutons. Shit. Ich dachte ich hätte noch einen Monat Zeit, oder so. So, zwei Zivilisten. Zwei Zivilisten. Wir gehen hier nicht zum Ziel. Sie sind in Sicherheit. Weg hier! Erstmal die Deckung weg springen von dem. Köpfe runter! Ah, bisschen mehr nach rechts. Hier hat beide erwischt. Schade. Zu spät ihr Sinn. Beide ohne Deckung. Das ist gut. Die Schiebe jetzt schnell den Kill. Nice. Ich muss den unbedingt noch umbringen. Die ist doof ohne Deckung hier. 50%. No risk knuffern. Na ja, knapp. Ich muss mich zusammenreißen. Klingt machbar. So, meine Wenigkeit ist wieder dran. 52? Keine Ahnung. Braucht mehr Zielwasser. Ist schlecht, weil... Oh, gesichtsloser. Es ist aber umhässlich. Hey, Monster-Todo. Moin. Schönst du da bist, Digga. Den darf ich nicht springen von der Kanade. Der hat Loot. Oh, oh. Okay, der ist raus. Und da sind noch zwei Gegner der Maker. Boah. Steve White hat's grad zerlegt. Monster-Todo, wie geht's dir, Großer? Wir verlieren unzählige Zivilisten, Commander. Wir müssen die Menschen hier rausbringen. Ja, ja. Ich bin noch dabei. Den hat's zerlegt. Den da oben auch. Nice. Gibt grades Dud für mich. Ja, damit. Auch Juden dir. Ich hatte sehr viel Stress jetzt in der letzten Woche. Sehr, sehr viel Stress. Hat er sehr viele Termine gehabt. letztendlichs Woche klärt sich's ausgenommen. Montag, da hab ich noch mal einen echt blöden Termin. Mal schauen wir mal. Warte mal, es bleibt hinten. Kannst nicht erwischen. Hoch mit ihr Schieb. Ansonsten sollte sich alles im Laufe der nächsten Woche einpendeln. Also kann ich aber fast täglich streamen. Das ist gut. Aber wir spielen erstmal ne Runde. Nix, komm. Ich seh den auch nicht. Der ist riesengroß, vorm City den nicht. Der ist tot, oder? Oh, der Schnetzel da hinten. Alles weg, der Penner. Wir verlieren unzählige Zivilisten, Commander. Wir verlieren unzählige Zivilisten, Commander. Okay, der ist tot. Ja, ja, ja. Hör auf zu meckern. Dann machen wir es erstmal am besten. Äh, geht in Ordnung. Oh, dann haben wir schon mal vier. Fünf. Sechs, sieben. Ah, scheiße. Ach, Dreck. Die wollte... Die wollte ich auch nicht bewegen. Ja, ist egal. So, jetzt kommen sie in meine Richtung. Der Mutons scheinen beweglicher als die bisherigen. Anscheinend setzen die Aliens sie aber noch immer an der Front. Schade, ich dachte, der bleibt da stehen. Okay, Panzerung ist schon mal ganz übel. Steht noch. Der ist schlecht. Kann der nämlich gucken. Wo hin? Ah, die kann doch keine Guss, wenn sie fötzen. Shit! Einen muss ich nur retten, damit das trotzdem als erfolgreich gilt. Dass der aber nicht umgefallen ist hier. Der steht da mitten in der Gegend. So, den Kogler jetzt aber erwischen. Hoffe ich. Nope. Das ist schlecht, weil der jetzt da vorne alles ankugelt. Ja, ja, ja. Das ist übel. Oh, schweiß eine Granate. Brenn, Schra... Schaden und Brüstung... Ach, Kacke. Ach, kritisch. Da gehen die Lebensmute dauernd. Irrer. So, okay. Probleme. Das sind viel zu viele Gegner. Erstmal den Scharfschützen, ja. Eigentlich wäre der dahinter eigentlich hier interessanter. Vier Schaden trotz, zwei Rüstungen. Ja, aber ich krieg weiter. Von beiden erstmal ne Rüstung weg. Alle Rüstungen verschrattert, einen Lebenspunkt. Den kann ich gleich platt machen, das ist gut. Den muss ich platt machen, so schnell es geht. Bord ist confirmiert. Auf den Weg. Oh Mann, dass sie brennt, gefällt mir gar nicht. Ach, wieso hast du den nicht erwischt? Gibt's hier überall Deckung, das ist hier irre. So, eins down. Sehr gut. Oh, dass meine Jungs halt brennen, das ist halt scheiße. Oh, okay. Ich gehe. So, Herr mit der Blend. Dann werden wir schon weiter. Beide sind dadurch desorientiert. Schieße ein bisschen schlechter, hoffe ich. Dann können sich auch nicht allzu weit bewegen. Er lädt nach. Kann aber einmal schießen, kann tödlich sein. Schweinjart. Wir kommen mit Feuer! Oh Mann! Oh Mann! Oh Mann! Wir haben mich getroffen! Das hier brennen ist jetzt scheiße, aber keine Zeit zum Hallen. Warte, wir nehmen mal den erstmal hier. Ne, warte, Granaten hast du nicht. Er hat auch keine Granaten mehr, shit. Natürlich. Jetzt könnte ich die Granate hier brauchen, um das Ding da oben wegzupusten. 63. Oh, ernsthaft muss das sein. Jetzt, wo es wichtig ist. Ah, scheiße, kann ich schießen. Zu weit bewegt. Sniper, komm. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Kann auch Teamwork. X1 genau. Ja, Schiebe und X1, das ist ein Team. Ich darf sich X1 nochmal bewegen. Ah, darf nur nachladen. Kacke! Das bringt mir alles nichts. Kann doch nicht mal nachladen hier. Darf nur in Deckung. So ein Scheiß. So, Muton Down, das ist gut. Nur noch ein Guckler. Neben komm ich noch in die nächste Runde. Ganz gleich, wo der hinrennt. Spielt keine Rolle. Sollte überleben. Überlebt. Geht auch mal hierher und heilt sich erstmal. So, brennt nicht mehr. Kriegt auch ein paar Lebenspunkte zurück. Das heißt, die können wir alle retten. Darauf jetzt mal nachladen. Das bringt mir auch nichts. Waffe geladen. Darf aber noch eine Blindschmeißen. Der wird ja nicht allzu weit wegrand. So, desorientiert. Dann schieb musst du den eigentlich hier unten locker erwischen. 59%. Come on. Tu's. Explodiert ist er. Ah, da ist noch ein ein Gesichtsloser. Irgendwo links von mir. Das ist schlecht. Und da läuft er. Rauchgranate? Wird nur nicht viel bringen. Okay, sechs Schaden. Der Vieh kommt an. Bitte nicht auf den Sunny. Daneben. Selang er nicht auf Cedric oder auf Dingsheed. Das ist alles okay. Das ist okay, da. Die hält drauf aus. Passt. Ich mag das mit den Kriegen. So, sauber. Acht Zivilisten gerettet. Sehr schön. Gut. Vier Mann jetzt auf der Krankenstation, falls ich meine habe, aber... Treue Bürger. Bist okay. Ich spreche schweren Herzens zu euch. Advent-Hilfstruppen, die die Botschaft von Einheit und Hoffnung in die abseits gelegenen Siedlungen trugen, gerieten heute in einen Hinterhalt. Wir sind in Trauer und werden sie rächen. Wie man so einen Einsatz gutreden kann, oder? Schau dir das an. Schieb ist befördert. Ist jetzt schon ein Sergeant. Heftige... Hier, blitzschnelle Hände. Kann er nicht. Mach mal dankreich. Übernahmeprotokoll. Sehr wichtig. Befördert. Sprengschuss. Ah, unterstützt das Feuer dann eher. Alle unter Dings. Sturm und Schuss. Fantastisch. Alle auf der Krankenstation. Von 6, also von 4 bis 17 Tage. Alles dabei. Super. Mannschaft 1. Die sehen wir erst zum nächsten Auftrag wieder. Ja, hauptimal Leichen mitgenommen. Mutonautopsie. Kristallinautopsie. Hallo, Commander. Mutländische Vorratssteigerung von 24. Das ist gut. 7 Verwundete, 11 verfügbar. Ich will nicht sagen, dass mir Soldaten ausgeht, aber es wird langsam, ja, doch ein bisschen knapp, wenn ich weiter so mache. Und das Schlimme ist, ich habe immer noch nicht, ich habe noch keinen einzigen Aufkampitan. Das ist, ach, das geht mir so auf den Wecker. Ich brauche einen Captain für 6 Mann. Rekruten, jetzt nicht. So, was wollte ich haben? Ingenieur, oder? Genau, erstmal einen Ingenieur einpacken. 2 Tage, das ist wunderbar. Danach dann die Vorräder, wenn es geht. Die noch da sind. Avatar-Fortschritt. Avatar-Fortschritt. Commander, die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Ist noch nicht weiter schlimm. Darum sind noch die Vorräder. Grenadier, wunderbar. So, Ingenieur, perfekt. So. Das heißt, ganz kurz rausgehen. Optimal einsetzen. Sie haben einen Ort gebrauchen, an dem sie ihre Einsätze koordinieren, Commander. Dieser Ring, den Shen entworfen hat, klingt nach einem guten Kandidaten für unser nächstes Bauwerk. So, in 5 Tagen. In einen Tag, dann kann ich hier noch Freiraum, dann gleichzeitig hier bauen. Erstmal die Energie und dann den Rest. So, was brauchen wir jetzt? Eigentlich erstmal die Vorräte, ehe ich jetzt Kontakt herstelle. Das ist viel, viel wichtiger, weil Kohle ist teuer. Ja, Rekruten sind jetzt nicht so schlimm, niedrig Kontaktkosten ist nur relativ. Das ist gut. Die will ich haben. Gauss-Kanonen müssten jetzt eigentlich bald mal durch sein. Ich habe eine Legierung. Das ist auch nicht gerade viel. Noch einen Tag, da sind die Gauss-Kanonen fertig. Energiespule abgeschirmt. Gebogen, 20 Kristalle. Raum ansehen. Maximaler Energieverbrauch erreicht. Widerstandsring. Nein, 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 nein. Das hier ist ein... Ist das nicht so? Warte mal, bei einer Energie-Dings-Spule das dann... ...Bonus ist auf Relais. 80, 10 Energie, Energie-Relais. Plus 10, genau. Es gibt einen nicht zugewiesenen Ingenieur, der dem Bau der Einrichtung helfen kann. Möchtest du ihn dort einsetzen? Okay. 50 Prozent, das heißt 6 Tage. Ich habe noch einen Ingenieur frei. Genau. So, dann kann der dann da mitmachen. Und dann kann ich dann hier den Kommunikator- und Widerstandsring bauen. Und damit habe ich dann noch 6 Slots, wo ich irgendwas hinknallen könnte. Und ich weiß, ich brauche noch ein paar Sachen. Oh ja. Legierung, 28, 29. Ich brauche die, ich brauche die alle. So, hier gibt es eine Beförderung bei irgendjemandem. Schieb ist ja befördert worden. Revolverheld. Besser als ein heftiger Schuss. Weil ein heftiger Schuss gibt einen Schuss mit leicht verminderter Zielsicherheit ab. Der aber deutlich mehr Schaden verursacht. Also finde ich ganz schrecklich, sowas. Ja, bei Tone 1 jetzt mal. So viele sind es nicht mehr. Nur ein paar. Ich werde die Existenz solcher gegen den Willen der ältesten gerichteten Zuflüchte nicht zulassen. Wer sich da verkriecht, ist im Untergang geweiht. 35 weniger Einkommen. Das ist schlecht. Ich mache da noch Jagd auf die Jungsautos. Brauche ich aus dem VR-Raum. Die Ringeinrichtung ermöglicht XCOM die Ausführung zusätzlicher verdeckter Aktionen und erleichtert so die Jagd auf die Auserwählten und die Steigerung des Einflusses im Widerstand. Ich muss das bauen. Seit drei Monaten noch nicht gebaut. Führe durchgehend verdeckte Operationen durch. Bringe aus Wäden ihren Versteck zur Strecke. Die Jagd auf die Auserwählten stärke den Einfluss- und Widerstandsfraktion. Und schaltet mächtige neue Widerstandsbefehle frei. Möchte ich hier gerne machen. Gerade nicht möglich. GAUS-Kanonen.